Oh, Sie sind wieder dabei. Das freut uns. Was kommt heute? Der feuerfeste Luftballon. Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu den Versuch der feuerfeste Luftballon. Für diesen Versuch benötigst du zwei Luftballons. Ein Feuerzeug, so wie eine Kerze. Nimm einen der beiden Luftballons und befülle ihn mit etwa 100 ml Wasser. Dabei kann es hilfreich sein, den Luftballon über einen Wasserhahn zu stülpen. Befülle anschließend den Ballon noch mit etwas Luft und verknote ihn. Nimm nun den zweiten Ballon und befülle diesen mit so viel Luft, dass er in etwa das gleiche Volumen wie der erste hat. Da im nächsten Arbeitsschritt mit Flammen hantiert wird, ist es wichtig, einige Sicherheitsmaßnahmen zu bedenken, wie das Entfernen von brennbaren Objekten von der Experimentierfläche, sowie das Zusammenbinden von langen Haaren. Entzünde die Kerze mit dem Feuerzeug und platziere sie auf einer geraden Unterlage. Nimm nun den Luftballon, der teils mit Wasser und Luft befüllt ist, und führe ihn langsam von oben an die Kerzenflamme heran. Wiederhole diesen Versuch mit dem lediglich mit Luft befüllten Ballon. Im Versuch konnte folgendes beobachtet werden. Der Luftballon, der teils mit Wasser befüllt wurde, konnte direkt in die Kerzenflamme gehalten werden, ohne zu platzen. Der nur mit Luft befüllte Ballon platzte bereits einige Zentimeter über der Flamme. Die Erklärung dafür liegt darin, dass sich unterschiedliche Stoffe unterschiedlich leicht erwärmen lassen. Die dafür relevante physikalische Größe ist die Wärmekapazität. Je größer die Wärmekapazität eines Stoffes ist, desto mehr Energie benötigt man, um diesen zu erwärmen. Wasser hat eine fast sechsmal zu große Wärmekapazität wie Luft. Das heißt, Luft lässt sich viel leichter erwärmen als Wasser. Wie im Versuch zu sehen war, platzte der nur mit Luft gefüllte Ballon sofort. Die durch die Kerze zugeführte Wärmeenergie wird vom Luftballon aufgenommen. Aufgrund der geringen Wärmekapazität von Luft stieg die Temperatur des Ballons rasch an. Die Folge dessen ist, dass der Ballon platzt. Der mit Wasser und Luft gefüllte Ballon kann ohne zu platzen in die Flamme der Kerze gehalten werden. Der Grund dafür liegt in der hohen Wärmekapazität vom Wasser. Das Wasser nimmt die von der Flamme zugeführte Energie auf, ohne sich dabei stark zu erwärmen. Die Wand des Ballons erhitzt sich nicht ausreichend, um zu platzen. Auf ähnliche Weise kann dieser Effekt im Alltag beobachtet werden. 15 Grad Celsius Umgebungstemperatur an der Luft können ohne weitere Probleme ertragen werden. Sich hingegen in einem See mit einer Temperatur von 15 Grad Celsius aufzuhalten, würde schnell zu Unterkühlungen führen. An der Luft ist der menschliche Körper leichter in der Lage, die Umgebung aufzuwärmen.